Was Privatverkäufer über Immobilienmakler sagen, das ist vor kurzem ein Video gewesen, was ich hier auf YouTube veröffentlicht habe. Und ich habe da einen Kommentar bekommen, den ich sehr interessant fand und den möchte ich mal kurz vorlesen. Erstmal vielen Dank an den lieben Ronny Becker, dass er das gemacht hat. Und er schreibt, ich bin der Meinung, dass sich der Ruf des Immobilienmaklers erst dann ändert, wenn diverse geldgeile Kollegen da draußen über Gesetze gar nicht erst den Einstieg in unsere Zunft bekommen. Es gibt kaum einen Job, mit dem man leichter starten kann als Makler. Und das hat der Gesetzgeber bereits vor Jahren verkackt. Als er mal wieder zu lasche Einstiegsschwellen gesetzt hat. Und wenn diverse Makler ein Standing hätten, zu ihrer Leistung stehen, statt mit Discount-Kortagen die Dienstleistungen zur Schleuderware zu machen. Natürlich kann jeder Einzelne etwas dazu beitragen, dass man wieder Vertrauen in die Zunft steckt. Aber das alleine wird bei weitem nicht mehr reichen. Dennoch, ich liebe diesen Job und lasse mich nicht davon unterkriegen. Also lieber Ronny, vielen Dank erstmal für dein Statement. Und ich will das aber trotzdem nochmal aus einer anderen Sicht beleuchten. Und zwar, was heißt denn eigentlich, oder was bedeutet das Wort Verantwortung? Und das habe ich mal ganz kurz hier bei Google eingegeben. Und hier steht, ohne Plural Verpflichtung für etwas Geschehenes einzustehen und sich zu verantworten. Das ist die Kurzfassung. Es gibt noch längere. Aber das finde ich schon eigentlich ganz interessant. Also, ich persönlich bin der Meinung, und damit will ich überhaupt keinem auf den Schlips treten, weder den Verbänden noch der Politik. Aber schauen wir uns das doch mal genau an. Die Politik, genauso wie Verbände, werden, wenn es um Zulassungsvoraussetzungen etc. geht, was eh schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, immer wieder Gesprächsthema ist, wie jetzt auch bei der Provisionsregelung und damals bei dem Thema Vermietungsprovision. Es wird immer irgendwo Kompromisse geben, seidenweiche Regularien. Also eine wirklich, aus meiner Sicht, ganz knallharte Regelung, wie es sie zum Beispiel in England gibt, oder auch in Frankreich gibt, wird es in Deutschland aus meiner Sicht in absehbarer Zeit einfach nicht geben. So, jetzt kommen wir zu einem aus meiner Sicht ganz entscheidenden Punkt, nämlich das Thema Verantwortung oder Steigerung persönlicher Verantwortung. Denn, mal so These, wenn jetzt an jedem Standort mehr Immobilienmakler wirklich einen absolut herausragenden Job machen und das Ganze auch auf der Basis von Omnipräsenz, Sichtbarkeit, Marktpräsenz, hervorragendes Marketing und Werbung und überhaupt gar kein Platz mehr für schlechte Makler da ist, dass sie überhaupt keine Chance mehr haben, sondern dass ein Privatverkäufer, wenn er die Entscheidung trifft, seine Immobilie zu verkaufen, sagt, ich gehe zu dem oder zu diesem oder zu jenem Makler, weil bei dem weiß ich oder bei dieser Person weiß ich ganz genau, die haben es drauf. Und das hat etwas mit Eigenverantwortung zu tun. Und zwar jeder einzelne Immobilienmakler an seinem Standort hat die verdammte Pflicht, den bestmöglichen Job abzuliefern, den er abliefern kann, damit vor allen Dingen solche Scharlatane und Windeier keine Chance haben. Und mal übrigens Scharlatane und Windeier, selbst scheinbar honorige Makler, die seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Markt sind, haben überhaupt kaum etwas verändert und machen ihren Job fast noch wie vor 20 Jahren. Mal abgesehen davon, dass sie vielleicht über Onlineportale Werbung machen. Das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen uns alle der Zukunft stellen. Was muss ich heute tun, um morgen noch existent zu sein? Das ist ein Spruch, der hat sich bei mir so verankert, in meinem Kopf und auch in meinem Tun, dass ich der Meinung bin, da geht gar kein Weg dran vorbei. Also kurzum heißt, Eigenverantwortung, dafür zu sorgen, dass Leistungen diesen Wow-Faktor hat, gute Ergebnisse, es überhaupt zu nichts mehr anderem kommen kann, das ist mein Statement dazu. Ich bin nicht der Überzeugung, dass Verbände und Politik in der Lage sein werden, das Thema zu lösen. Und die Maklerschaft kann auch an der Stelle nicht die Verantwortung abgeben, weil es ist nämlich auch ein Thema. Man gibt die Verantwortung ab und sagt, ja, die sollen das regeln, ich mache mein Ding weiter. Nein, jeder Einzelne ist dafür verantwortlich und das auch in der Verbreitung, einen extrem guten Job zu machen, das ist meine persönliche Einschätzung zu dem Thema. Du hast natürlich grundsätzlich recht, lieber Ronny. Und ich danke dir auch für dein Feedback, was du gegeben hast. Aber hier einfach nochmal ein paar andere Gedanken, Anregungen. In diesem Sinne, hey, wenn euch das gefallen hat, das Video abonniert hier diesen YouTube-Kanal, setzt ein Like drunter, gerne auch kommentieren, was eure Meinung zu diesem Thema ist. Auch die anderen Videos, ich mache dazu gerne weitere Videos als Statements von meiner Seite. Und ja, wenn du als Immobilienmakler für dich zu dem Ergebnis kommst, hey, irgendwie läuft es nicht so ganz rund, ich will was verbessern, dann hier unter diesem Video einfach nicht nur klicken, sondern den Link kopieren in den Browser rein, dann auf unsere Seite gehen und bewirb dich für ein kostenfreies Erstgespräch. Und dann unterhalten wir uns und schauen, welches Problem hast du, welche Herausforderung, ob und wie wir dir helfen können. Und ich würde mich freuen, dich persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, mach's gut.